hallo in diesem video ein weiteres update unserer serie deutschland sucht die unsicherste bank die postbank hatten wir ja schon im letzten update damals hatte sie noch versprochen jetzt hat sie geliefert umgestellt auf aes 128 habe ich jetzt schon mal aufgerufen prüfen wir das ganze verbindung da es 128 für den fall der fälle dass das bei ihnen noch nicht angezeigt wird einfach ein paar mal den reload button klicken also damit dann eventuell eine neue verschlüsselung erzwingen das kann zumindest theoretisch passieren wenn sie vorher schon mal mit ihrem web browser bei der postbank waren und dieser mit der postbank eine verschlüsselung schon ausgehandelt hat die wird ja nicht jedes mal aufs neue geprüft und schon gar nicht wenn kein pfs benutzt wird aber alles in anderen videos schon erklärt damit ist zumindest also die verschlüsselung einer der größten deutschen filialbanken in deutschland wieder ordentlich die santander consumer bank die hat sich auch bei uns gemeldet man hat scheinbar unser fax nicht ent erhalten aber uns irgendwie auf andere art und weise durch zufall gefunden ja rc4 ist unsicher und deswegen will man demnächst umstellen dann hat sich noch die landesbank berlin gemeldet die die kreditkarten abwicklung mehr oder weniger da macht habe ich selbst auch nicht gewusst ein zuschauer hat uns darauf aufmerksam gemacht die sind ja quasi als späteinsteiger noch mit aufgenommen worden in die liste hatten wir angeschrieben auch alles im letzten update von vor ein paar tagen die haben sich auch direkt gemeldet man will demnächst umstellen bzw man klärt den sachverhalt aber man wird schon zu dem entsprechenden schluss kommen insoweit wird hier sicher auch umgestellt und der letzte in der heutigen runde die icici bank offenbar wird das auf englisch ausgesprochen zuschauer haben uns aufgeklärt ist mir am ende des tages dann doch egal die bank hat geantwortet und wird ebenfalls demnächst umstellen sie merken schon die updates werden immer kürzer das liegt daran dass inzwischen fast alle banken sich gemeldet haben acht von unseren ursprünglich elf banken haben schon umgestellt zwei weitere wollen noch nur die barclays bank die hat sich noch nicht einmal gemeldet die landesbank berlin hat man ja gerade will auch umstellen die war allerdings ursprünglich nicht dabei wie schon gesagt die haben wir erst mit dem letzten update aufgenommen dafür haben die jungs aber recht schnell reagiert da kann man zufrieden sein damit dürfte diese serie so ziemlich das ende erreicht haben ein update wird natürlich noch kommen wenn wir wissen wer am ende die unsicherste bank ist wenn also alle bis auf eine bank umgestellt haben die hypo vereinsbank die hat immer noch nicht umgestellt obwohl sie damals als erste direkt über twitter reagiert hatte aber wie schon gesagt die umstellung die lässt immer noch auf sich warten und die barclays bank die sich immer noch nicht mal gemeldet hat ich denke mal da haben wir schon fast unseren gewinner wir dürfen also noch ein bisschen gespannt bleiben okay